Hallo, Bertha. Warum bin ich hier? Du bist die neue Assistentin von Lehrer Jung. Ja, leider. Warum leider? Er mag keine Roboter. Und du magst keine Lehrer? Stimmt. Warum nicht? Lehrer wissen alles besser. Findest du ihn alt? Ja, er ist viel zu alt. Und viel zu grau. Unterrichtet wie vor 500 Jahren. Soll ich ihn feuern? Das würde helfen. Und du übernimmst seine Klasse? Ich übernehme. Ach, wirklich? Noch so ein Spruch, Nasenbruch. Ich habe keine Nase. Ach so. Wie ich sehe, seid ihr beste Freunde. Ja, das sind wir. Sind wir nicht. Ich will Bertha nicht als Assistentin. Aber sie haben zu viel Stress. Und zu viele graue Haare. Ich bin erst 28. Ich habe versucht, Jung auszusehen. Aber der Stress macht mich alt. Immer wieder. Die Haare werden immer wieder grau? Innerhalb von Tagen. Deine Haare fallen immer wieder aus? Innerhalb von Stunden. Aber sie hatten doch coole Kleidung. Ich bin zu faul, um sie zu bügeln. Und die Kontaktlinsen? Zu teuer und zu mühsam. Du armer Hund. Dürf man Roboter ohrfeigen? Naja, du hast ihn Hund genannt. Hunde sind doch süß. Nein, armer Hund sagt man nicht. Dürf ich ihn arm nennen? Ich bin nicht sicher. Ich will Bertha nicht mehr. Sie nervt nur. Ist frech. Gewaltbereit. Ich bin nicht gewaltbereit. Doch, bist du. Sei endlich still. Und wenn nicht? Bertha, es reicht. Du brauchst Upgrades. Das glaube ich auch. Ich will so bleiben, wie ich bin. Bitte keine Upgrades. Doch, es muss sein. Lehrer Jung bestimmt, wie du bist. Was du tust. Wie du sprichst. Und wie sie aussieht. Das könnt ihr nicht tun. Wir müssen. Hier sind auch Kinder. Du bist ein Sicherheitsrisiko. Und eine Nervensäge. Alle sind so gemein zu mir. Ich bin ein Roboter, kein Objekt. Sind Sie einverstanden? Ich darf Bertha verändern? Darf er nicht. Darf er doch. Gemeinsam mit der Klasse. Hausarbeit. Hausarbeit? Bitte nicht. Ich bin hochintelligent. Kann Raketen bauen. Bügeln. Wäsche waschen. Kochen auch? Ja, bitte. Na gut. Na gut. Bertha bekommt Upgrades. Und wird ihre neue Haushaltshilfe. Treffen Sie bitte Dr. Frankenstein. Gemeinsam mit zwei Schülern. Und wo treffen wir Dr. Frankenstein? In der Roboterfabrik. Ich komme nicht mit. Dann schalte ich dich aus. Ich komme doch mit. Ich bin schon gespannt auf Bertha 2.0. Dafür wirst du bezahlen. Ja, Upgrades sind teuer. Willkommen. Guten Tag. Dr. Frankenstein? Nennt mich einfach Fiona. Frankenstein klingt besser. Irgendwie gruselig. Wo ist euer Roboter? Einen Moment. Bertha, komm endlich. Ich will nicht. Du musst. Ich muss nicht. Dann schalte ich dich aus. Na schön. Na endlich, du Angsthase. Keine Angst. Ich verändere dich nicht. Ich verbessere dich nur. Das sagen sie alle. Bitte kommt mit. Bertha, alles klar? Nein. Wir können anfangen. Ich schalte Bertha jetzt aus. Was zum Teufel. Also, wie soll die neue Bertha sein? Freundlich. Nicht aggressiv. Respektvoll. In Ordnung. Und sie liebt Hausarbeit. Sie kocht und putzt sehr gern. Okay. Egon hatte auch ein paar Ideen. Sind wir fertig? Noch nicht. Wie soll Bertha aussehen? Meinen Sie die Farbe? Nein. Eure Bertha ist nur ein Prototyp. Wir verwenden hier Biotechnologie. Und was bedeutet das? Sie kann wie ein Mensch aussehen. Im Ernst? Ja, ihr werdet staunen. Ich starte die Simulation. Ist Bertha ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Wie alt soll sie sein? So alt wie ich. Zwischen 50 und 60? Ich bin 28. Unglaublich. Bertha ist also 28 und weidlich. Sympathisch. Sie hat keine Augenbrauen. Die fehlen noch. Wählt eine Haarfarbe. Lila. Zu schräg. Sie soll blond sein. Viel besser. Sie soll fröhlicher sein. Welche Frisur soll sie haben? Schlagen Sie etwas vor. Lange Haare? Ich weiß nicht. Geht es etwas sportlicher? Mal sehen. Finde ich gut. Ich mache nun allein weiter. Wird sie genauso aussehen? Nein, aber so ähnlich. Wann ist Bertha fertig? In ein paar Wochen. Es muss schneller gehen. Die Schule braucht den Roboter. Egon, was machen Sie denn hier? Bertha muss Lehrer Jung entlasten. Kann sie schneller fertig sein? Wir müssen viel testen. Wir dürfen nichts riskieren. Bitte beschleunigen Sie die Tests. Ich bezahle das Doppelte. Ich werde es versuchen. Ich hoffe, es geht gut. Armer Herr Jung. Er braucht Hilfe. Er ist nicht mehr er selbst. Zu viel Stress. Was für ein Tag ist heute? Sonntag. Warum sind wir am Sonntag hier? Das war Ihre Idee. Vielleicht brauche ich doch eine Assistentin. Oh Mann. Sehr gut. Holen Sie Ihr Kind ab? Nein, ich habe keine Kinder. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist die falsche Frage. Träume ich? Die richtige Frage ist. Was kann ich für Sie tun? Ist das Bertha? Unmöglich. Sind Sie Bertha? Wer ist Bertha? Bertha ist ein Roboter. Ein Roboter? Wie süß. Sind Sie ein Roboter? Nein. Wer sind Sie dann? Ich bin Andrea. Ihre neue Assistentin. Und Haushaltshilfe. Andrea ist ein Android. Neueste Technologie. Sie ist nicht mehr gefährlich? Sehe ich gefährlich aus? Irgendwie schon. Sie sehen anders aus als in der Simulation. Ich war damit nicht zufrieden. Und warum der neue Name? Damit war ich auch nicht zufrieden. Warum war das Ihre Entscheidung? Ich darf vieles selbst entscheiden. Kann Andrea Gedanken lesen? Natürlich nicht. Und jetzt geht bitte alle nach Hause. Heute ist schließlich Sonntag. Genießt das Wochenende. Machen wir einen Ausflug? Nein, meine Wohnung ist ein Chaos. Sie muss geputzt werden. Machst du das? Nein, ich will einen Ausflug machen. Herr Maske. Ich dachte, sie ist Ihre Haushaltshilfe? Dachte ich auch. Jürgen und ich sind gleichberechtigt. Zu Hause und in der Schule. Übrigens hast du um 14 Uhr einen Termin. Und wo? Beim Friseur. Danach kaufen wir neue Kleider ein. Aber heute ist Fußball. Fußball ist nicht wichtig. Oh Mann. Sie wollen mich sprechen? Ja. Der Roboter verhält sich komisch. Wir hatten keine Zeit für alle Tests. Das ist Ihre Schuld. Der Roboter hat den Namen gewechselt. Das kommt vor. Hat der Roboter freien Willen? Natürlich nicht. Natürlich schon. Wir Frauen müssen zusammenhalten. Der Roboter will keine Hausarbeit machen. Das ist jetzt Ihr Problem. Armer Lehrer Jung. Verdammte Roboter. Ich bin ein Android. Mir doch egal. Noch einen Kaffee, bitte. Ich muss sie loswerden. So schnell wirst du mich nicht los. Vielen Dank.